so eine der schönsten strengen eine historische eine bedeutsame in aller kürze dadurch dass wir so wenig runden haben insgesamt in spaß fällt natürlich ein boxstopp mehr hier am meisten ins gewicht das heißt das hier ist die strecke wo ich mit abstand am meisten gehandicap bin durch diese regelung die wir haben das bedeutet ich werde hier maximal um punkte fahren egal wie gut ich bin weil einfach bei so einer kurzen runden anzahl ich glaube zehn stück oder so zwei boxen stopp richtig reinhauen und ich soll es oben rechts auf was soll ich stehen damit du gut wegkommst aber wislang bin ich auch so mal ziemlich gut weg gekommen ja dann kommst du noch besser durch auf der strecke überleg mal so nein Ich hab in Urus gebremst. Hab ich gesehen. Ach so, es füllt ein Berg. Oh, geil. Oh, da hab ich was krachen hören. Oh, scheiße. Force India hat mich abgeschossen. Ich halte dich auch gut auf. Allerdings. Ich hab ne Strafe bekommen. Boah, dieser Geistermacht ist ziemlich gut. So, ab jetzt kann ich mich nicht mehr bremsen. Ich hab ne Strafe bekommen. Alles in Ordnung. Aber mit der Strafe ist natürlich nicht zu gut. Aber ich hol hier inzwischen wieder gut auf. Ich bin jetzt um wieder in den Punkte rennen. Ich nicht. Und ich hab ne Zeitstrafe. Oh nein. Mein Rennen ist gelaufen. Versuch's zu gewinnen, Mann. Ich muss einen Stopp mehr machen. Und es ist Zeitstrafe. Ich bin jetzt für mich. Ich bin jetzt für mich. Ich bin jetzt für mich. Und ich bin jetzt für mich. Ich bin jetzt für dich. Ich bin jetzt für dich. Strafa. Was für eine? Das ist für mich. Und ich bin jetzt für einen Verzüge. Bei Räikkönen der Idiot haben sich ja wirklich null Platz gelassen als zehn Sekunden. Strafe Ich komm nicht weg, ich bin im Tent Wah, ist schon wieder eine Strafe Was machst du denn da? Was machen die anderen? Rosberg ist ja eigentlich hier gefahren Ich geh auch in den Box Alles klar Ich hoffe mal, dass die jetzt alles richtig machen, ja Wird schon Da steht sie Ja Oh Nein Jetzt ist sie Scheiße 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 Du musst an ihm vorbei Die Reifen halten so gut. Ist echt unglaublich, oder? Echt, also... Also ich bin echt gespannt, wo man mich am Ende hier ausspuckt. Vielleicht 10er, wenn du Glück hast. Weil das wünsche ich mir. Ich glaube, es gibt schon noch Punkte. Ja. 6-6, aber mit... Oder Kiwi Reiköhn. Dritter, aber mit... Achter! 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 Achter am Ende. Punkte wenigstens. 12 Punkte für uns. Yes! Unser großes Ziel kriegen wir zwar nicht, aber wir holen auf jeden Fall auf Lotus weiter einen Abstand raus. Achter Platz! Gute Leistung! Dann bis zum nächsten Mal! Ciao!